Meine Brüder und Schwester, eigentlich sollte ich weinen. Verletzt es mich doch zutiefst, wenn ich die Zeitung aufschlage und wieder nur Lügen und falsche Tatsachen lesen muss. Glauben die westlichen Regierungen mit ihren sogenannten neutralen Medien wirklich, dass wir so dumm sind? Dass wir nicht merken, dass der Islam, unser Islam, die einzig wahre und richtige Religion von diesen Ungläubigen im Erdboden gleichgemacht werden soll? Dass es hier denn nur um unser Erdöl geht? Genau aus diesem Grund muss ich auch ein wenig lachen. Sollen diese Unwissen, diese Gefahr doch alle in einem Feuersprung mit Eiter und Blut gefüttert werden? Sie und wir, ihr und ich, jeder von uns ist für sein Handeln selbst verantwortlich. Und jeder muss für sich selbst entscheiden, ob er alle kommt oder alle ins Paradies.